moin youtube was glaubt grüße zu einem neuen video von mir auf diesem kanal freut mich zu eingeschalten habt und heute gibt es ein weiteres warzone video endlich mal wieder warzone video die defined beta ist vorbei deswegen sind wir wieder in warzone und in warzone hat sich einiges getan und zwar es gibt ab sofort jetzt one shot snipers und dann habe ich hier ein geiles gameplay für euch plus die klasse von der one shot sniper die ich spiele momentan die ich jetzt heute gespielt habe und zwar ist es die intervention die heißt hier fjx imperium wir lassen uns nicht verarschen es ist die intervention so wird gespielt der nils sound 90 mündung so getunt fahrenheit 29 so getunt vk laser so getunt explosiv munition also explosiv munition müsst ihr machen so getunt und dann den forge tag delta 4 das visier so getunt dass die one shot sniper die hat einen hohen also ihr müsst ein bisschen hoch zielen wegen explosions munition ist immer nur auf kopf one shot das ist sehr wichtig ansonsten viel spaß mit der klasse viel spaß mit dem gameplay und wenn ihr wieder warzone ein bisschen sehen wollt falls ihr was sehen wollt gerne mal ein like da lassen und kommentar da lassen was ihr momentan von warzone haltet ansonsten viel spaß mit dem video haut rein äh großer unterschied muss ich denn das ich gerade benutzt habe eigentlich beim beim warenkorb in der spielweise ist dann sehr sehr großer unterschied und es geht darum dass wenn du wenn du nicht von anfang an mithältst nicht mehr aufholen können was die anderen teams schon gemacht haben allein allein zu wissen wo die anderen leute landen und wo die hin rotieren werden mussten wir jetzt schon manchmal schmerzhaft mit erfahren naja schauen wir mal wie die erste quali abläuft da muss doch alles funktionieren da macht sich gromalock unsere aussorgen naja das seht ich nicht das fuckt mich halt ab weil das halt Sachen sind die wir nicht beeinflussen können die quali sind im custom game sozusagen wo wir gegen andere spielen habe ich kein problem mit aber so zu spielen alter weiss nicht wie du meinst setter doch alles gut an ich glaube ich weiß noch als ich am anfang page amerika auf twitter hieß und alle lachen da bist ja junge ja aber ich hatte ich hieß ja soweit ich gewandt und dann vpn amerika und ja scheiße der playsetter war ein der war ich würde behaupten der war auch so gut jeder wird früher wieder erwischt es kann man kann nicht über jahre hinweg schießen ohne erwischt zu werden sage ich man macht immer irgendwann fehler weil man irgendwann leichtsinnig wird also ich meine streamer oder viele so kommt die leute haben eh keine disziplin von daher gebe ich dir recht ja irgendwann also die meisten kannst du das durchziehen ja aber irgendwann ist man halt leichtsinnig ist immer kein also es sind die meisten cheater die irgendwie wie seit jahren spielen sondern halt vielleicht ein jahr maximal er spielt immer nur mit den cheatern anscheinend dreckiger typ alter er wurde doch bei twitch gesperrt bei der wm war es ein teammate der türke nicht vor pantheon ich habe vor pantheon gesagt der tippe nicht vor der dingens er so nein nein ich schwöre der macht nix wie noch wie bei neuse damals bei verdamsk der teammate wisst ihr es noch das war das war doch easy b aber der wort er wurde nein 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 nicht easy b neuse ist ein teammate der hat sich nen zuscher geholt jan meinte die ganze zeit dass er cheatet dann hat er kaum mit reingecheatet ähm äh das war ein österreicher ja das war so ein kleiner jungen das war sogar ein viewer von mir fand weg äh kein wunder äh das n welt gescheitert hat du kannst mir nicht sagen dass der typ einfach abhaut und normalerweise hundertprozentig hundertprozentig er bin nie darfst mich das rozentig sagen das ist unschuld nö unschuld von mir naja wir sind hier nicht vor gericht nein aber wir sind trotzdem sozial wo jason oh mein god der hat gestern wieder so viel scheiße gelachbart auf der timeline hast du da gesehen was ich meinte naja natürlich der hat so gekracht was denn auf twitter gegen showstopper gestern ne jaja genau da nachdem nach der konversation habe ich ihn gestern verfolgt wer bleibt war schon immer die gleiche äh ja personen wie vor zehn jahren war er immer schon ist egal das dürfte aber nicht irgendwie die ausrede dafür sein dass du ruh bist ja es ist also wirklich also ne aber es ist so funktioniert die cod community vor allen dingen in turnieren und ähnlichem ja weil die cod community nur aus größten als opfern bestellt ne darum geht es nicht es geht darum wenn du geld gewinnen kannst und mit ihm also nicht COD community sondern sondern die wager community es gibt wirklich kein schlechteres spiel als warser momentan rank funktioniert ja wenigstens das sind die cheater problem aber es funktioniert das verstehe ich auch nicht das alles ein problem das verstehe ich echt nicht dass so viele cheater in rank sind krass jaja das ist 70 jaja das deswegen auch also deswegen finde ich das voll krass mit den cheatern ich verstehe das auch gar nicht weil im bossen triffst du nicht so oft cheater nein fast gar nicht also zu gut wie nicht ja ja genau und bei da da habe es ja selbst ich schon mal gespielt ich habe auch wie gesagt keine ahnung als ob da irgendwie das intercheat nur den bossen ist und nicht ein ich hoffe einfach dass es nach der world series erst mal aussterben wird damit die gezwungen sind irgendwas zu ändern naja reloaded kann halt gut werden ne äh ne also das problem ist es braucht jetzt gerade keine erneuerung das spiel braucht das streamen muss funktionieren ja aber das meine ich ja also die meinen die ganzen sachen die angekündigt worden sind halt einfach mal machen jetzt sind sie 3,5 es wurde ja alles gemacht aber das wird es halt wiederbeleben das wird halt dieser kurze weißt du dieser defibrillator sein ja 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 kurz wieder ein puls ja 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 weißt du wie ich meine genau wir sind auf der einen wellenlänge du weißt was ich meine wenn dieses 1,2 million euro konnieren nicht wäre würden die meisten leute nicht mehr war so spielen die meisten natürlich nicht alle es gibt bestimmt ausnahmen aber wir reden jetzt mal von der allgemeinheit und nicht von den ausnahmenfällen ich glaube die allgemeinheit ist wirklich so stumpf und sagt irgendwas wenn ich andere leute zum warzone spiel überreden will die schlagen mich fast die haben alle keinen bock mehr drauf keiner mehr bock die einzigen leute die noch warzone spiel sind die sind die hardcore warzone community halt ich mag als wir sie nicht helfen eldenring die tage morgen wahrscheinlich das andere wieder ja ja deswegen mehr also das turnier ändert jetzt nichts an dem grundgerüst und so weiter aber es lebt halt das woßen kurz wieder also manu guck mal den bullet drop der ist minimal auf die range sogar weißt du ja dann hol die weil es gut weil es kurzzeitig funktioniert weißt du das ist ein kleines häppchen ist der über mir du kennst jetzt die wirklich sobald die ein häppchen bekommen nimm das an weißt du ist ja auch nicht dumm du scheiße der hinten aus dem busch raus hm feinde landen im einsatzgebiet hm hä äh Joe hat keine invite mehr oder bin ich so wieso äh Digga ich hab mal übersetzt auf französisch äh französische Dixerto auf auf Twitter hm warte ich hack dich doch mal ich hab's übersetzt und da steht nachdem Joe eins aus dem Kapitänsamt verbannt wurde spielt's ne große Rolle dass äh Sky Ross irgend so Mexikaner mexikanischer Warsor Streamer keine Invite bekommen hat ja warum wurde verbannt was hat er immer angestellt weil wie so ein mexikanischer ja das verstehe ich auch nicht gerade was hat ein mexikaner mit dem Franzosen zu tun ja das verstehe ich auch nicht gerade deswegen äh ich hab mich mal getackt da vielleicht verstehst du oder irgendwas ja Pommes ist das Max Fettig ah du wirst von Hacker getötet by the way Typhon ja das ist er ja das ist er hohe placement alter Mann der alte Mann wollte aber eigentlich den kleinen Mann rein holen aber es geht nicht weil wieder beim Max genervt ja P hinter hier lebt noch einer der ist auf dem Strom Ding wie kann der nicht drauf sein ich verstehe das nicht ja jetzt ist es schlässig ab okay ich glaub bei mir ist der Cheater da eine ne einen Helm bomben und den anderen dann ficken okay oder so ja das ist er doch ich hab diese Aufrund ooohh let's go du hast ein Cheater geholt stark ich seh schon neue Tiktok vor morgen so holt man ein Cheater so habt ihr noch nie gesehen wie ein Cheater gestorben ist ich habe einen Cheater geholt seht selbst das wär dann Winsensein Version oder davon denke ich beide mit dem seht selbst machst du eigentlich keinen Tiktoksmair Typhoon äh doch hier in der Tanke waren zwei hier bewegt sich was oh und oben auf dem Haus gegenüber unter uns ja ja rechts glänzt Manu auf dem Dach ja ja ich weiß das Ding ist die müssen halt übelst spät erst ooohh ne 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 Katze guck nicht hoch ich kick den nicht genockt Digga weil ich einfach nicht den Bullet Drop checke ein knock welchen rechts links schaut einer noch einen knock links knock ja der letzte läuft mir der Smoke durch wir haben safe wir haben safe safe Chris warte mal ganz kurz ich laufe einer und links und links läuft einer eine Shield Break ich kann aber nicht drauf bleiben halt noch einen knock einer Shield Break wieder die können nicht drauf bleiben nein nein die sind schon unter beide die sind nicht hier jetzt gerade runter einer ist genau unter mir einer ist genau unter mir ich hab mir Nid-Mackler gegeben auf Lista-Spect Basis 3 2 1 nein ich hab gesniped ich muss mich kurz helfen hinter dir auf der Suite 2 gegen 3 2 gegen 3 als hirn 9 gut gespielt also das mit sky rose weil kein mexiko ja ja bei der way momo hat auch immer bekommen für wsobe xyrix? echt? ja ja ich verstehe nicht warum hat er die weitergegeben oder weitergegeben